Aufheben. Zoe Reigns Tagebuch. Okay. Notizen. Wir haben noch gar nicht so viele Notizen gefunden. Zoe Reigns Tagebuch. Oh, das ist die. Zoe Reigns Tagebuch 1. Ich weiß nicht, wie es ist, eine richtige Familie zu haben. Mein Vater ist schon lange tot und an das Gesicht meiner Mutter erinnere ich mich gar nicht erst. Stattdessen wurde ich von der Gang und meinem Grissbold großgezogen. Ich weiß also, dass es für mich nie etwas anderes geben kann als diese beengte Welt. Die Bandmitglieder sind immer hinter Pals her und immer bewaffnet. Sie fangen Pals, verticken sie an komische Leute und kriegen dafür im Gegenzug was zu futtern. Auch ich kann mir dann den Magen vollschlagen. Ich glaube nicht, dass die Bandmitglieder mich besonders mögen. Aber sie kümmern sich eben um mich, weil ich seine Tochter bin. Die Tochter ihres alten Chefs. Ich glaube noch immer, auch wenn ich hier mittlerweile selbst das Sagen habe. Okay. Interessant. Was von den Charakteren? Was von den Charakteren? Was ist das? Das war's für heute. Ich muss aufpassen. Ja, danke. Ich weiß. Nein! Nein! Das war's für heute. Hier am Bus ist halt schon gut, aber... Jetzt hat's mein Wölfchen gelegt. Huch! Wollte ich gar nicht. Was auch nicht. Hm. Wahnsinn. Wann muss ich lang? Ja, ich muss irgendwie über den Berg. Ich laufe jetzt mal. Ich nehme mal die Beine in die Hand. Was ist das? Was ist das denn? Hast du deine Technikfrucht und deinem Inmendal? Kannst du sie benutzen, um deinen Pass neue Fähigkeiten beizubringen. Okay. Gras-Tornado. Cool. Nice. Nicht gut. Was ist das denn? Was ist das denn da so hässlich? Was wäre? Ja, da unten muss ich hin. Ach komm, das schreit doch hier oben nach nem Ei, oder? Oder in der Kiste. Nimm Ei. Mhm. Natürlich. Wie die einfach hier... Wie die einfach im One-It sind. Ah! Hier ist nix. Gut. Ist das auch ein Ei? Das muss ich noch holen. Aber erstes da oben. Erstes da oben. Und dann ein gewöhnliches. Ach, leck mich doch. Ach, grelle Aussicht. Scheiß gewöhnliches Ei, ey. Was sagt der mir eigentlich dauernd? Was ist denn neu? Ach so, der Kochtopf. Oh. 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 Jetzt renne ich für ein Ei in die entgegengesetzte Richtung. Feuchtes Ei. Ich glaub ich hätte es nicht gemacht, wenn es ein gewöhnliches gewesen wäre. Ich glaub das wärs mir nicht wert gewesen. Kann man sonst noch was ziehen? Ah. Oh. 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 alles, jede kleinste Ritzel. Aber finde ich gut, dann lohnt sich das wenigstens, hier mal so einen Bergsteiger Exkurs zu machen. Das sieht auch komisch aus. Könnte man gut eine Höhle verstecken. Irgendwo noch Eier. Ich glaube bisher habe ich noch keinen Fallschaden bekommen, aber wir wollen ja nichts riskieren. Und falls sich hier irgendwo noch ein Ei versteckt oder eine Kiste oder ein grünes Gedingsel, wollen wir alles mitnehmen. So. Hier wäre viel Platz zum Bauen, gell? Aber hier ist halt nichts in der Nähe. Schnellreise und so weiter. Gut, Schnellreise könnte man da mitnehmen. Hier wäre eine schöne gerade Stelle, wo man bauen könnte. Schön viel Platz. Oder halt da unten, hier so. Das wäre eigentlich ... Tja, Two-Hit-Wonder. Tja, das war es mein Kleiner. Nein! Nein! Wieso tönt ihr es? Seid ihr doof? Hä? Ich wollte nicht das Holz mitnehmen. Ähm ... Oder hier sieht's ... Man könnte doch überlegen, hier ... Aber hier ist schon geil ... Geil viel Platz. Ist es eigentlich möglich, dass ich, äh ... Könnte ich hier hinbauen? Frisst der gerade an einem toten Pal rum? Frisst der gerade seinen Kollegen? Er hat seinen Kollegen aufgefressen. Er hat seinen Kollegen aufgefressen. What the fuck? Er ist ... Ähm ... Krass. Krass. Okay. Wenn ich ... Äh ... Äh ... Was wollte ich denn jetzt? B. Das da. Wenn ich das hierhin stelle ... Ist das der Umkreis? Ich könnte das hier ... Die steht gerade im Weg, gell? Ja. Wenn ich das hierhin stelle ... Ich baue das einfach hier hin. Habe ich das jetzt richtig umgemauert? Cool. Ja. Ich ... Ich werde hier mein neues Lager aufbauen. Das, äh ... Das ist definitiv ... Aber zuerst ... Wollen wir hier ... Da hin. Dann kann ich hier eine große Base draus machen. Hier ist ja schön viel Platz. Ich finde es hier gar nicht so schlecht. Hier ist zwar nicht ganz so viel in der Nähe, aber ... Naja. Wohl. Ja, ich überlege mir das nochmal. Aber ... So komme ich dann schnell da hin. Was ist da? Ah, eine Kiste. Ich komme in die Kiste. Das ist nicht dein Ernst. Scheiß Kiste. Kein Wunder, dass sie so auffällig da lag. So eine scheiß Kiste. Oder ich sehe jetzt auch schön aus. Was ist das denn schönes? Cool. Ja. Das stimmt. Kann ich mal hier sein. Also. Was ist das so. Was ist das? Ja? Ja. Was ist das denn? Was ist das? Hm. Ich will wohl doch nicht bei Selbstmordvögeln wohnen. Also vielleicht doch hier oben und nicht da unten im grünen. Das ist wohl doch nicht so. Hm. Ah, Metall gibt es hier? Hm, genug. Und da unten gibt es halt die blauen Steine. Passt schon. Waren der Händler und Wache. Okay, ich wollte hier schon gerade angreifen. Waren der Händler. Hallo. Wohin fährst du denn? Schau dich ruhig um. Bitte komm nicht näher. Dankeschön. So, das behalten wir. So. Was haben wir denn? Wir haben nichts zum Verkaufen. Ihr Pilze kann schaden. Wöhm. Hm. Ja! 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 Mamma u nasi. Hm. Objevajš o mabį. Ok! ... ... ... ... ... Das war's für heute. Oh, armes Paarchen. Komm zu mir! Ein kleiner Nox. Ah, da ist ein Hühnfuss. Da liegt ein Ball. Moment. Ach, dahin wollte ich ja. Dahin. Hm. Headshot klappt. Sehr wohl, 14. Nein! Kelpie! Oh, flauschige Dinger. Erstmal hierhin. Einmal das. Nee, ich brauch nen Schlüssel. Hä? Einfach nur ein Ei? Ei, ei, ei. Einer. Entschuldigung.